dass ich jetzt hier natürlich als standard pack mal drin habe okay da war massiver lag okay den ersten haben wir sehr schneller laufen zu können quasi immer die blöcke unter sich place o bogen aim is on point okay der halt sich all right und jetzt drauf auf die bude alter okay der hittet ganz okay einfach der bett war auf den sport stehen und aimt ab alter nice boy okay wir müssen jetzt nach pushen haben wir gut getroffen als würde er die pots benutzen ja ich wundere mich gerade sehe ich richtig dass man in dem felsen kit keine angel hat was genau wo ich bin wo bin ich schwierig zu sagen killer craft dazu op equip alters ist unheimlich okay ich habe eingekillt ist einer hinter mir ja wir müssen erstmal so kämpfen oder das felsen muss durch ich hole mich ich hole felsen hast du ich habe felsen zwei kisten komm her komm her komm her das ist alles zum lel kit wieder eine million feile habe ich getroffen oh shit ausgewichen die matrix boy meinst du das hat der gut schaden gefressen ja nächstes pack ist das steg pack future shit oh gott das tut mir das tut mir so leid leute die zack die macht mehr schaden gönnig mühe oh das war ein neiser strafe ich sag's irgendwie total oft selbst ich verstehe ich verstehe die welt nicht mehr leute so jetzt gebe ich ein paar hits vor alter solide range okay das war nicht so nice getroffen aber sollte schon laufen aber vielleicht die erste niederlage leute oh ein herz okay das war vielleicht auch nicht so nice von mir so oh gott leute ich bin so scheiße im soupen okay das war ganz schön knapp ich kann das gar nicht quick droppen ich kann es einfach gar nicht woher hin alter lol oh jetzt kann ich da drauf er kann naja das ist nicht so gut okay das war ganz gut Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, schönes neues Note-Sheet-Plugin hier auf Tumoria. Ich möchte auf jeden Fall versuchen, nicht allzu laut immer zu reden, damit die vielleicht nicht hören, was ich so sage, weil ich denen, glaube ich, nicht erzählen werde, dass ich Let's Plays mache, zu dem Kanal-Trailer. Das war an sich kein Trailer, wie ich meinen Kanal bringen will, aber... muss wegfliegen. Oh mein Gott, ich wusste... Das ist natürlich nicht so schön. Da kommen direkt die Schellen nochmal. Komm, gönn dir. Da ist dann die Laune in euch mit ihm, meine Klingenkreuze. Boah, mein Bow-Aim ist so verkackt. Ah, brennt wieder. Ich habe schon seit einem Monat... Ihr habt es in dem einen Video schon gesehen, wo ich da im Intro bei diesen Dojo-Games, wo ich da im Intro das gesynkt hatte. Und da hatte ich Lust, das noch auf die Spitze zu treiben, sozusagen. Also da wirklich noch ein ganzes Video zu sinken. Da eignet sich Trap am besten für, deshalb die Trap-Mucke. Ja, es war schwieriger, in die Arbeitsabläufe vom Server einzugreifen für mich, weil ich einfach nie wirklich die Zeit gefunden habe, mich in das Programm reinzuarbeiten, obwohl es wahrscheinlich nicht mal schwer ist und so. Ja, und letzten Endes nähe ich dein Ernst. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Und letzten Endes nähe ich. Ja. Sehr gut. Schrocken. Ja. Ja, okay. Ja. Bis zum nächsten Mal.